Oh, das ist jetzt aber scheiße. Ähm, ich wollte gerade einen Reim üben. Aber der kommt jetzt. Also, ähm... Ob ich... Werden wir gegen Schmel... Werde ich gegen Schmelzer siegen? Oder... Muss ich nach zwei Stunden... Ne, Quatsch. Falscher Reim. Ähm, scheiße. Konnte nicht aussuchen. Ähm, ja. Angst. Nochmal. Werd... Ähm... Moment, nicht siegen? Wie... Och Gott, wie hatte ich... Wie hatte ich mir das nochmal schön zusammengereimt? Ich weiß es gerade nicht. Äh... Werden wir den Schmelzer legen? Oder muss ich nach zwei Stunden dann aufgeben? Kommt morgen Abend all um sieben. Um zu sehen, ob ich kann auf siegen. Ja, hier offensichtlich nicht. Oh mein Gott.